Die Bluse trifft diesen Frühling die leichten Töne. Es gibt sie in kurz, in mittel oder auch als Blusenkleid. Das knieumspielende Modell besticht nicht nur mit der Farbe Nude, sondern auch mit einem Stehkragen, der sich raffiniert in Falten legt. Wenn schon ein Mustermix, dann bitte mit Zurückhaltung. Die Skikare und ein zarter Streif mit Volant-Ärmel verstehen sich prima. Eine spannende Rückseite bietet die gestreifte Bluse mit Knöpfen. Damit das Styling nicht so avantgardistisch wird, wird das gute Stück zur hellen Zigarettenhose ausgeführt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017